Der Kinocast Hallo und herzlich willkommen zum neuen Kinocast. Hier ist erstmal der Chris. Hallo Chris. Hallo lieber Erik. Danke. Denn die Kate kommt nachher später noch dazu. Ja genau, die hat gerade noch ein bisschen zu tun. Und ja genau, hier ist der Erik. Ich grüße auch. Wir haben Filme mitgebracht, wie immer. Heute gibt's One for the Road mit Frederik Lau und Nora Tschörner aus der Sneak Preview der vergangenen Woche von den Innenstadtkinos. Der startet auch demnächst. Finden wir aber noch raus, wann der startet. Vielleicht sogar diese Woche. Mal schauen. Dann hat nämlich die Kate im Kino gesehen diesen Taylor Swift Konzertfilm The Errors Tour. Da sind wir natürlich alle gespannt, was es da zu sehen gab und ob sich das lohnt. Es gibt ja noch mehr Swifties da draußen. Die wollen ja alle wissen, ob sich das jetzt gelohnt hat. Ich hab im Heimkino einen Film nachgeholt, der wahrscheinlich auch wie der Film von letzter Woche demnächst auf Netflix kostenlos kommt. Nämlich Evil Dead Rise. Und eine Serie hab ich geschaut. Nämlich Backham auf Netflix. Werde ich mal berichten. Fangen wir doch mal an mit One for the Road. Chris. Einer für Unterwegs. Einer für Unterwegs. Einer für Unterwegs. One for the Road. Ja, geht's um Mark. Der wird gespielt von eben, wie du schon erwähnt hast, Frederik Lau, der auch komplett hier diesen Film zu tragen hat. Wir wissen, dass Frederik Lau dafür durchaus in der Lage ist. Oder da Swift durchaus in der Lage ist. Und Mark ist einer, der sehr, sehr gerne feiert, sehr, sehr gerne Alkohol trinkt, dem sehr, sehr zugeneigt ist. Und so kommt es eben zu dieser ungünstigen Situation, dass er im SUV feststellt, hey, mein Auto hat eigentlich einen besseren Parkplatz verdient und möchte dann sein Paar Auto umparken. Und wie es halt so ist, in dem Moment steht die Polizei neben ihn. Fragt ihn dann so, na, na, wie sieht's aus so? Ich parke hier nur um und alles easy. Sieht die Polizei eben nicht so easy und nimmt ihn den Führerschein ab. Was für Mark, seines Zeichens Bauleiter einer größeren Baustelle, nicht so ganz, ganz die geile Nummer ist. Und er muss dann in ein Programm, einen sogenannten MPU-Kurs, bis er zu einer Prüfung kommt, um eben dann wieder seinen Führerschein zu bekommen. Das ist mal so grob die Sache, worum es geht. Dort lernt er, in diesem Kurs lernt er eben Helena Kellen, wobei ich zum Anfang gedacht habe, das ist bestimmt irgendein Deckname, Helena. Das ist nur Ratschurner, die hat natürlich dasselbe Problem, sonst wäre sie nicht in diesem Kurs. Und ja, von diesem anfänglichen, so gegenseitige Angezicke so ein bisschen und was willst du eigentlich? Und ja, ich habe eigentlich nicht so das Problem und dieses auch nicht wahrhaben von beiden Seiten. Da entwickelt sich so ein bisschen Freundschaft. Und Mark geht dann eine größere Wette ein mit seinem besten Freund Nadim, der wird gespielt von Burak Yigit oder Yit, muss man jetzt aufpassen. Ich habe nämlich einen Schüler, der ähnlich geschrieben wird vom Nachnamen her und der heißt Yit, deswegen. Ich will es nicht falsch ausprechen, falls es jetzt falsch war, tut es mir leid. Und die Wette ist eben, ja, er macht einen Monat lang, trinkt er nichts und weiß ich was. Und er wird schon dann belächelt von Helena. Ja, er will glaube ich, bis er seinen Führerschein wiederbekommen kann, nichts trinken. Ja, ja, genau. Ja, ein Monat. Ach so, ein Monat hat er ja nicht. Erstmal ein Monat, er sagt erst mal erst ein Monat. Und die Helena lacht ihn da schon mehr oder weniger aus, weil sie sagt, ja, das kannst du vergessen, wird eh nichts. Und er sagt, doch, 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 das kann er, weil, wenn überhaupt. Und sie weist sogar den Weg vor, was nach zwei Wochen sein wird, was nach vier Wochen, drei Wochen, was es nicht was sein wird. Und ja, am Ende des Monats ist es dann tatsächlich so, dass es Marc nicht schafft. Aber da ist jetzt der Film noch nicht raus oder sowas, dass man sagt, ja, okay, so ein typischer Hör erhält durch Film. Sondern da geht der Film erst Wunder weiter, weil er dann diese Abzweigung nimmt und zeigt, hey, was passiert eigentlich mit jemandem, der es wirklich nicht schafft, wie es sonst in den Filmen beschrieben ist. Und so entwickelt sich dann eben die Geschichte weiter, dass Marc seinen Job aufs Spiel setzt, seine Sicherheit aufs Spiel setzt, das Leben von Helena mit aufs Spiel setzt, die ihres Zeichens auch ganz gewaltige Probleme hat. Und sie ist Grundschullehrerin und gibt da auch verschiedene Sachen vor, wie zum Beispiel Schwanger sein oder was weiß ich was, wenn sie sich mal aus Alkoholgründen übergeben muss. Und ja, wie das dann weitergeht, wo das dann endet und wie das mit Marc und Helena sich entwickelt, das lassen wir jetzt an der Stelle mal offen. Weil es ist nicht immer alles so, wie es anfangs gleich scheint oder wie man sich das auch in einem Film wünscht. Und natürlich auch ganz arg wichtig, kann sich Marc das eingestehen, dass er wirklich ein Problem mit Alkohol hat oder sagt er immer noch, ich habe das alles im Griff. Was ja vom Trailer her so ein bisschen aussieht, als wäre das so eine Liebesgeschichte vielleicht auch zwischen ihm und Nora Tschörner. Das ist halt nicht so, sondern es geht zum Glück in eine andere Richtung. Also es ist jetzt nicht, die Liebesgeschichte steht jetzt halt nicht im Vordergrund. Die finden sich ja irgendwie doch ein bisschen oder freuen sich ja an und helfen, versuchen sich dann gegenseitig auch zu helfen, vom Alkohol wegzukommen. Weil das ist halt für ihn auch der Ausgleich. Er ist halt tagsüber da als Bauleiter, hat er echt viel zu tun. Und dann abends, ich meine seine Wohnung, die gibt jetzt nicht viel her, der hat jetzt keinen Bildschirm, wo er vielleicht Netflix gucken kann, keine Playstation, gar nichts. Also er sitzt dann irgendwo da am Tisch und macht sich dann halt eine Flasche auf oder geht halt raus und trifft sich mit Freunden. Und da fließt auch meistens der Alkohol. Und heutzutage ist es ja fast immer noch so, man muss sich eher rechtfertigen, wenn man nichts trinkt. Und das wird in dem Film halt auch ganz gut thematisiert. Das kenne ich auch aus eigener Erfahrung. Und es ist schon sehr interessant, was der Film so für Themen aufmacht und wie er sie auch darstellt. Aber auf eine sehr gute Art und Weise. Es ist jetzt nicht irgendwie belernt oder oberlehrerhaft oder so, sondern wirklich sehr nah an der Realität und auch gut gespielt, auch bis in die Nebenfiguren. Und du hast ja eben schon seinen besten Freund da erwähnt und auch die ganzen anderen. Also die hatte ich alle noch nie gesehen, außer jetzt Nora Tschirner und Frederik Lau. Die anderen kannte ich alle nicht, also nirgendwo. Der Regisseur könnte uns vielleicht was sagen. Der hat nämlich auch die Filme 25 kmh gemacht, den wir gut fanden. Und Simpel und Frau Ella und ganz heiße Nummer, da war auch mit beteiligt. Markus Goller. Genau und auch der, der das Drehbuch geschrieben hat, der Oliver Ziegenbalk. Da kann sich bestimmt noch erinnern, den hat man nämlich auch schon mal genannt, glaube ich, bei 25 kmh. Ja, also auch das Drehbuch ist ziemlich gut, wie das alles so aufgebaut ist. Auch diese ganzen Nebencharaktere, die genügend Raum bekommen, um interessant zu sein, aber nicht zu viel Raum bekommen, um der Hauptstory dann irgendwie die Show zu stehlen. Und gerade auch so die anderen, die da mit in dem Kurs sind, die sich teilweise auch entweder schon völlig aufgegeben haben, jemals vom Alkohol wegzukommen, aber ihren Führerschein irgendwie wieder brauchen, bis hin zu welchen, die es total verleugnen, da ist alles dabei. Und ja, auch so dieser langsame Absturz, was das dann bedeuten kann, weil Alkohol ist halt, ja, eine staatlich reglementierte Droge, dadurch, dass man eben da eine Steuer drauflegen kann, genau wie Nikotin, und dadurch, dass da auch eine Menge Geld reinkommt und dass es irgendwie gesellschaftlich akzeptiert ist, ist halt leider immer noch sehr, sehr verbreitet und viele können damit halt nicht umgehen oder wollen sich selber nicht eingestehen. Das ist halt das Schlimme. Ich habe da auch ein paar Beispiele im Familienkreis, teilweise welche, die es eben ganz, ganz schwer hatten damit. Naja, aber gut dargestellt, aber jetzt gar nicht auf so einer negativen, sehr negativen Note, wie ich es jetzt gerade gemacht habe, sondern es war die ganze Zeit eigentlich unterhaltsam. Ja, sehr. Saugeiler Soundtrack. Cooler Soundtrack, ja, sehr cooler Soundtrack. Und halt Friedrich Lau, also fand ich unglaublich stark mal wieder. Nora Tschöner in ihrer, bekannt liebenswürdig, aber auch so, wie nennt man das, das war so ein bisschen dieses, diese Nora Tschöner-Art einfach. Ich weiß nicht gerade genau, wie man es gut beschreiben soll. Fand ich eigentlich, die haben auch eine super Chemie gehabt, die beiden, also fand ich sehr gut. Aber Friedrich Lau fand ich richtig, richtig stark in dem Film. Also wirklich. Weil der hat auch eine sehr, sehr starke Szene. Ich will es natürlich nicht spoilern, aber dann sitzt er, kommt er schon in diesen Anführungszeichen Klassenraum rein und es ist nur der Lehrer da. Und dann gibt es so ein Gespräch zwischen den beiden, fand ich absolut stark. Also richtig starke Szene. Und da gab es auch noch so zwei, drei andere richtig starke Szenen in dem Film, wo ich dachte, wow, das hätte ich jetzt nicht erwartet, hier so eine starke Szene in so einem Film, der zumindest vom Trailer und vom Poster her irgendwie was anderes verspricht. Vielleicht ist es gerade so dieses Trojanische Pferd, so nach dem Motto, ja, wir zeigen mal einen Film, wo es ein bisschen spaßig ist, dass da viel getrunken wird. Und dann gehen Leute rein oder wollen sich den Film anschauen, die vielleicht da auch ganz gerne mal einen über den Durst trinken. Und dann hat es aber doch noch eine zusätzliche Note mit drin, die dann ein bisschen das Ganze auf den Prüfstand stellt, diese ganzen Verhaltensweisen. Sehr sogar, ja. Fand ich gut. Fand ich gut. Ja, war eigentlich eine recht runde Sache. Also ich fand zwischendurch tatsächlich, fand ich, ja, hat er mal so ein bisschen vielleicht die ein oder andere Länge gehabt, aber verschmerzbar. Jammern auf hohem Niveau. Definitiv. Also es war jetzt der dritte gute Sneakfilm in Folge. Ich bin mal gespannt, wie lange dieser Streak hier anhält in der Sneak Preview oder wann jetzt mal wieder so ein richtiger Scheißfilm kommt. Also der, wo wir dann sagen, um Gottes Willen, was war denn das? Aber der hier war auf jeden Fall richtig gut. Hier läuft gerade, ich habe gerade so eine Webseite offen, wo so ein paar Darstellernamen stehen. Da läuft gerade der Trailer hier ohne Ton bei mir. Also der Trailer ist schon ein bisschen, ja, also irreführend vielleicht. Meinst du bewusst irreführend? Weiß ich nicht, aber ja gut, wenn du vielleicht das wahre Thema nennst von dem Film. Ja, dann halten viele Abstand. Man denkt, dass es sehr schwer ist, das Thema. Also ich sage mal, was weiß ich, Leaving Las Vegas mit Nicolas Cage oder so, das ist ja ein unheimlich schwerer Film. Aber hier ist es halt sehr, sehr, sehr leicht auch irgendwie dargestellt. Aber trotzdem verliert es seine Message nicht aus den Augen. Und ja, sehr empfehlenswerter Film wieder mal. Das auf jeden Fall. Und ich gebe, was habe ich? Acht Punkte. Jawohl, acht Punkte. Guck, und ich bin knapp unter dir. Ich gebe 7,5 von zehn Punkten. Weil ich, wie gesagt, zwischendrin mal so eine gewisse Länge gespürt habe. Aber ansonsten ist es wirklich aber Jammern auf hohem Niveau. Ich schaue gerade die Gloria Sneak Gruppe auf Facebook. Ja, das ist ziemlich eigentlich. Da liegt der Film zwischen 7 und 8. Also Tendenz mehr zu 7. Ich denke mal bei 7,4 oder so, wenn man es zusammenrechnet. Aber auch wirklich vorderster Bereich. Und man kann ja unten drunter immer angeben, gefällt mir. Also ein Like klicken, dann ist es eine Weiterempfehlung. Oder ein trauriges Gesicht, dann ist es keine Weiterempfehlung. Und die haben es alle weiterempfohlen, den Film. Und ich habe mittlerweile auch rausgefunden, wann er anläuft. Nämlich am 26.10. könnt ihr euch davon überzeugen. Oh, das ist schon bald. Ja, das ist dann nächste Woche. Da könnt ihr euch dann in dem Kino eurer Wahl davon überzeugen. Ob wir Blödsinn erzählt haben oder nicht. Das steht hier. Tragik-Komödie, Komma-Komödie steht hier beim Moviepilot. Ja. Okay. Jo, also. Top Bewertung von uns. Und auch von dem restlichen Sneak-Publikum der Innenstadtkinos Stuttgart. Und jetzt werfen wir doch mal einen Blick, was eventuell morgen in der Sneak kommen könnte. Ob das vielleicht auch wieder sowas Gutes ist. Wie lautet denn da dein Hinweis? Der Tipp für die Sneak 1186 am 16. Oktober 2023 lautet Indubio Pro Reo. Das heißt ja so viel. Ich hatte kein kleines Latinum irgendwie im Zweifel für den Angeklagten. Genau. Ich habe zumindest sehr viele Anwaltsserien geguckt. Zuletzt auch den... Ich habe alle Staffeln Grey's and the Metal gesehen. Ich bin quasi Arzt. Zuletzt auch die aktuelle Staffel von The Lincoln. Neuer, sehr empfehlenswert. Deswegen, der Martin hat gleich getippt, Anatomie eines Falls. Und da, das trifft es eigentlich ganz genau, glaube ich. Aber damit das nicht so der einzige Tipp ist, der da steht und wo es vielleicht auch passen könnte, ist ein Film, den ich auch sehr gern sehen würde. Der heißt Dump Money. Und da geht es um den ganzen Fall von... Ach, wie hieß diese? GameStop. Mit diesen GameStop-Aktien, mit dem Handel. Da sind ja dann auch ein paar vor Gericht gekommen und so weiter. Weil das ja... Denen wurde ja vorgeworfen, dass sie den Kurs manipuliert hätten und sowas. Und es war aber einfach so, dass sich einfach Leute getroffen haben, die investiert haben. Und dadurch, wenn viele Leute kaufen, geht halt die Aktie nach oben. So ist es halt. Genau. Sehr interessant. Sehr interessanter Fall an sich. Ich habe das damals, wo das war, am Rande mitbekommen. Ich habe da nicht mit investiert. Aber ich habe es tatsächlich gesehen, dass es da diese... Das Ding auf Reddit losging. Und sehr spannend. Gibt es auch eine schöne Dokus drüber, auch auf Netflix, glaube ich. Und der Jan Georg hat noch was geschrieben. Ich nehme mal an, morgen ist wieder Pop-Overtüre. Ja, morgen ist Pop-Overtüre. Da hat er nämlich schon mal geteasert, dass hier eine Videopremiere von Blablabla von der Band Irgend im Vorprogramm sein wird. Also für die, die es nicht kennen, die vielleicht uns zuhören, die nicht in Stuttgart in die Sneak Preview gehen. Es gibt zu jeder zweiten Sneak im Monat gibt es eine sogenannte Pop-Overtüre, wo ein regionaler Musikproduzent, Musikverleih, wie nennt sich das jetzt? Ja, so ein Produzententeam, wo die immer so neue Musikvideos einfach mal vorstellen, quasi als Sneak Preview. Und deswegen, da wird wohl morgen Blablabla. Ich gucke es mir noch nicht an, ich klicke den Link nicht. Ich lasse mich dann überraschen morgen. Es ist manchmal... Und bei Blablabla habe ich sofort Gigi Agostino im Kopf. Blablabla. Ab, ab, bim, 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 bim. Die Nachfolgenden von Gigi Agostino fand ich eigentlich irgendwie die melodischeren hier, Passion und so. Das ist alles auf einem Album. Ja, ja. Aber die fand ich, die Singles, die fand ich noch irgendwie besser dann. Oder The Riddle und so. Ja. Habe ich auch, glaube ich, auf meiner Lauf-Playlist ein paar Dinge drauf. Zurecht. Kommt echt gut. Der war sogar mal damals in Gera in der Pannendorf-Halle in Gera. Ist der aufgetreten? Das waren noch Zeiten. Ja, also das waren die Sneak-Tipps für morgen. Wer kommen möchte, 20.30 Uhr geht es los in den Innenstadt-Kinos. Ich darf auch gerne Hallo sagen vor der Sneak. Einfach zum Herkommen. Zum Christ, genau. Da gibt es was zu gewinnen. T-Shirts, alles. Einfach sagen, hey, hallo, ich bin Dander. Ich habe den Kinokast gehört. Genau. Dann kriegt er vielleicht was. Einen Popcorn-Gutschein oder so. Wenn er hat. Vielleicht, ja. Vielleicht, vielleicht. Vielleicht auch nicht. Vielleicht, vielleicht. Okay, den anderen im Kino gesehenen Film, nämlich den Eras von Taylor Swift, den müssen wir mal ein bisschen nach hinten schieben, wenn die Kate dazukommt. Deswegen gehen wir gleich mal in die Kino-Charts und Neustarts. Kino-Charts und Neustarts. So, hast du die Charts offen? Oder soll ich dir das, hast du die E-Mail? Die von den Innenstadt-Kinos, sagst du, ne? Die, das ist die 5.10. Kannst du dir mal reinposten oder hast du? Ich hoffe, ich habe dir der Post mir mal lieber kurz reinbefreundet. Okay, oder? Hier in unserer Gruppe. Zack. Platz 5 ist hier A Haunting in Venice. A Haunting in Venice auf 5. Okay, dann ist auf Platz 4 die Wochenend-Rebellen. Da habe ich doch die richtigen gehabt, ja. Platz 3. Die Paw Patrol, der Mighty, ich glaube, Kinofilm heißt das, wo die alle zu Superhelden werden. Der Mighty irgendwas. Ja, dann Checker Tobi und die... Reise zu den fliegenden Flüssen. Genau das. Weil bei uns steht hier nur Punkt, 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 deswegen muss man vielleicht mal dazu sagen. Ähm, und Platz 1. The Creator. In der 2D-Atmos-Version, die ja im Innenstadt-Kinos, also soll sehr, sehr gut sein. Ähm, soll zwar insgesamt, glaube ich, weltweit nicht so gut performen an der Kinokasse, aber hier Stuttgarter Innenstadt-Kinos Platz 1, ist schon mal geil. Und ich habe gehört, das soll gut sein. Ja. Ich habe es selber noch nicht gesehen. Vielleicht schaffe ich es nur irgendwie mal, reinzugucken. Und was startet denn jetzt alles Schönes? So, gucken wir mal bei Kino.de. Da haben wir auch mal eine kleine Zusammenfassung mit drunter. Da startet zum einen der... Das vierstündige Drama, äh, wo der Kelch zum Glück bei uns in der Sneak Preview an uns... Was heißt zum Glück? Also der Kelch ist an uns vorbeigegangen. Wahrscheinlich nicht zum Glück. Das ist wahrscheinlich ein richtig guter Film. Der hat auch fünf Sterne hier bei Kino.de. Aber so einen langen Film in der Sneak Preview ist einfach schwierig. Der soll ja auch demnächst... Der hat ja jetzt einen begrenzten Start in Kinos und dann soll er relativ schnell auch ins Heimkino kommen auf Netflix. Äh, ne, Entschuldigung, nicht Netflix. Apple TV Plus hat sich die Rechte gekauft. Ähm, Killers of the Flower Moon. Genau, ich habe den Titel noch gar nicht genannt. Der neue Martin Scorsini mit Leonardo DiCaprio und Robert De Niro. Und ja, über die Anfangszeit in Amerika, wo die indigenen Völker ihres Landes beraubt wurden, weil da Öl gefunden wurde und so. Wieder wahrscheinlich ein typischer Scorsisi. Ja, das kann gut sein. Äh, dann startet auch ein Fest fürs Leben. Eine deutsche Komödie mit Christoph Maria Herbst um einen Hochzeitsausrichter und sein Team. Hm, da habe ich eine Featurette gesehen. Also so eine Art Making-of mit so ein bisschen zusätzlichen Sachen. Und das sah sehr witzig aus. Ich habe von dem Film ehrlich gesagt vorher noch nichts gehört gehabt. Ja, aber ist bestimmt geil. Schade, dass es nicht auf unseren Tipp passt. Das wäre, glaube ich, ein schöner Sneak-Film gewesen. Auf jeden Fall. Es startet auch noch. Trolls. Nachdem ja damals dieser erste Trolls-Film überraschenderweise auch für mich sehr gut eingeschlagen hat an der Kinokasse, ähm, kommt jetzt der dritte Teil der musikalischen Animationsfilm-Reihe voller neuer Charaktere, in dem sich Branch und Poppy auf eine turbulente Reise begeben, um den Troll Floyd zu retten. Also so ein typischer Animationsfilm, so ein typisches Animationsfilm-Skript. Irgendjemand ist weg und muss gerettet werden. Und dann müssen alle mit. So. Dann kommt ein Film, den ich tatsächlich gerne sehen würde, den ich auch gerne in der Sneak gehabt hätte. Und zwar Halloween Park. Ein schwedischer Horrorfilm über sechs Jugendliche, die eine albtraumhafte Nacht in einem Vergnügungspark erleben. Versuchen sie wahrscheinlich ein bisschen an dem Film Halloween, so vom Titel her, dass sie da vielleicht ein paar Besucher abgreifen, die dann denken, das hat was damit zu tun. Ist ja doch eine ganz gute Marke. Es kommt auch noch Man Eater. Der Menschenfresser ist zurück. Ich habe mich gerade gefragt, hat das was mit dem alten Film zu tun? Den alten Fulci-Film? Ja, tatsächlich die Fortsetzung eines italienischen Horrorfilms der 80er Jahre, der 36 Jahre lang beschlagnahmt war. Ich weiß gar nicht, ob ich den Namen überhaupt jetzt nennen darf hier. Oder wenn das Kino kommt. Nee, den alten, den alten meine ich, wenn der so lange beschlagnahmt war. Ich habe ihn damals gesehen. Man Eater. Der war gar nicht so heftig. Also jetzt aus heutiger Sicht. Ein Drama habe ich noch mit Ingeborg Bachmann, Reise in die Wüste. Deutscher Spielfilm über die aufräumende Liebesbeziehung zwischen Ingeborg Bachmann und Max Frisch. Max Frisch war ein Schriftsteller? Tango Shalom. Eine US-amerikanische Komödie über einen schassidischen Rabbi, der versucht, mithilfe der Oberhäupter anderer Religionen an einem Tango-Wettbewerb teilzunehmen. Der nächste Film ist was für mich, das sehe ich schon. Ja, der nächste ist was für dich. Deep Fear, Survival-Thriller, in dem eine Taucherin zwei mysteriöse Schiffbrüchige an Bord nimmt und später von Haien attackiert wird. Warum kommt eigentlich sowas nicht in der Sneak, ey? Das wäre doch so geil. Jetzt wissen wir beide ganz genau, warum sowas nicht kommt. Das wäre so geil. 84 Minuten, ein High-Survival-Thriller, das ist bestimmt lustig, ey. Es läuft auch noch an. NYAD, ein Sportdrama nach wahren Begebenheiten von den Bemühungen einer 60-Jährigen von Florida nach Kuba, ohne Haikäfig zu schwimmen. Okay. Ah ja. Okay, ja. Und dann haben wir noch Yuku und die Blume des Himalaya, ein Musikfilm, musikalischer und animierter Kinderfilm über eine abenteuerliche Maus, die eine besondere Blume sucht. Das Posto sieht niedlich aus, da würde ich nur mal was gesagt haben. Okay, das waren so die Neustarts der Woche und die Kino-Charts, da dürfte eigentlich für jeden was dabei sein. Obwohl meine Tochter hat mich gestern gefragt, die hatte Besuch, die hatte ja gestern Geburtstag und die wollten dann eventuell irgendwie heute mal ins Kino gehen. Aber so richtig haben die nichts gefunden, wo sie gesagt hätten, das interessiert sie jetzt gerade, aktuell. Ist gerade ein bisschen dünn. Ich hoffe mal, dass durch den ganzen Streik gerade, der ja immer noch nicht beendet ist, der Schauspielerstreik, ne. Der Schauspielerstreik oder der Autorenstreik? Ne, der Schauspielerstreik. Schauspielerstreik. Ja, das läuft immer noch, also und ich hoffe mal, dass sie sich dann bald endlich mal einigen und dass es dann auch produziert wird, weil ich glaube, viele Filmverleiher halten jetzt erstmal so noch ihre Filme auch so ein bisschen zurück, weil sie jetzt nicht wissen, wie lange die Durststrecke dann andauert, ne. Na gut, aber es gibt ja noch Heimkino und da kann man ja auch was gucken. Habe ich nämlich getan. Heimkino. Evil Dead Rise habe ich geschaut. Okay, viel Spaß. Genau. Habe ich mir auch wieder gekauft gehabt hier mal, weil ich dachte, oh, habe ich jetzt Bock drauf, würde ich jetzt doch gerne mal gucken. Habe ich mir den Trailer irgendwie angeschaut, ob der gut ist, bevor ich es gekauft habe und dachte, oh ja, doch, das geht jetzt mal. Ich bin ja erklärter Fan der Reihe, also wir haben natürlich, also je weiter man nach vorne geht, ist ähnlich wie bei Star Wars, je weiter man chronologisch im Jahr der Zeit der Erscheinung nach vorne geht, desto besser gefällt es mir eigentlich. Und hier ist es auch so, also mir gefällt eigentlich der allererste Tanz-teufel-Film noch mit am besten und ist einfach genial. Und der zweite ist auch sehr gut, der dritte ist auch okay und so. Und die anderen, ja, der, den wir letztens mal in der Sneak hatten vor ein paar Jahren, der Evil Dead hieß der nur, der war auch saugeil, der von Fede Alvarez. Und jetzt. War das nicht der, der immer kaputt ging? Nee, nee, das war, das war The Devil Rejects, was du meinst. Ah ja, genau, ja, genau, das stimmt, 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 stimmt. Heute, Halbmarathon gelaufen, mein Gehirn ist durchblutet, ich komme auf alles, merkst du es? Ja, genau, genau, genügend Luft in den Kopf bekommen heute, ja, bin selber überrascht. Also, Evil Dead Rise, es fühlt sich so ein bisschen an, wie so ein, als will man die ganze Reihe nochmal neu starten, so ein Reboot. Und ist aber hier genannt, äh, als Horror Sequel, ähm, und er hat einen ganz kuriosen Anfang. Und jetzt bin ich mir nicht mehr ganz sicher, ob der Anfang von dem, ob der was mit diesem alten Film zu tun hat, mit dem alten nicht, mit dem, den wir in der Sneak hatten, mit Evil Dead. Bin ich mir nicht ganz sicher, wahrscheinlich. Und dann ist es ganz komisch, da ist so eine Anfangsszene, die ist plötzlich vorbei und dann ist plötzlich, findet was ganz anderes statt, völlig anderer Ort. Man sieht so eine, ja, so eine Mutter mit Kindern und, ähm, die bekommt Besuch von ihrer Schwester. Und die Schwester, ja, die nennen sie alle nur so Groupie, weil die irgendwie so, ähm, ja, die hat halt Tattoos und geht über dunkle Haare gefärbt und geht halt gerne auf Rockkonzerte und hängt da mit den Musikern ab und so weiter. Und die wird dann so ein bisschen von denen so, ja, das ist halt die Schwester, die ist halt so das schwarze Schaf der Familie. Und dann habe ich mich schon gefragt, hä, habe ich jetzt irgendwas verpasst? Habe ich nochmal zurückgesetzt? Nee, die Szene war plötzlich vorbei. Da dachte ich, okay, was hat denn jetzt die damit zu tun? Weil die, die anderen Figuren, die sahen auch alle ganz anders aus. Also ich dachte nicht, ist das jetzt jemand von denen? Soll das irgendwie die in Jung sein oder irgendwas? Ich wusste es nicht. Ähm, aber für alle, die sich das vielleicht auch fragen oder gefragt haben, äh, am Ende wird dann alles erklärt. Und, ähm, ja, jedenfalls, die, diese, diese, ja, die, die Schwester oder die, die Familie bekommt halt Besuch von ihr, von der Schwester von der. Und die, die Kinder, die gehen in diesem Haus, wo sie da jetzt neu leben, ähm, gehen die so ein bisschen stromern und sind da so unterwegs und finden da so einen, so einen, so einen Raum, so einen alten, da sind irgendwelche alten Schallplatten drin und irgendwie alles ganz gruselig. Und natürlich das, wie wir wissen, das Necronomicon, das Buch des Todes, ähm, was da an Menschenhaut gebunden ist. Und, äh, ja, das nehmen sie alles irgendwie mit und mit hoch und der eine schneidet sich auch noch an irgendwas und dann kommt das Necronomicon mit, äh, Blut in Verbindung, was natürlich dann die Kräfte auslöst und, äh, sie hören dann, oder der Junge, der macht, produziert so Musik und macht so DJ Mixtapes und sowas und, äh, der hört sich dann halt die Schallplatte dann mal an. Und auf dieser Schallplatte, so ähnlich, wie es halt in dem ersten Tanz der Teufel-Film ist, da wird ja ein Tonband abgespielt, wo halt jemand aus diesem Buch vorliest, diese Beschwörungsformeln und dann nimmt das Unheil halt seinen Lauf. Da wird halt zuerst die, die Mutter, äh, befallen, die gerade irgendwie nach Hause kommt und, ja, sie kommt dann hoch, erst mal ist alles halbwegs okay, aber dann doch nicht mehr so richtig okay und dann bahnt sich das so langsam seinen Weg und dann werden auch noch andere mit reingezogen. Ich will nicht zu viel verraten, auch so Nachbarn und, ähm, ist hier ein bisschen anderes Setting als bei Tanz der Teufel, wo es ja in dieser Waldhütte war, sondern hier ist es halt in so einem Wohnhauskomplex und, ähm, ich fand das eine ganze Zeit lang so, wo ich dachte, okay, da hätte ich mir jetzt wesentlich mehr erhofft und hab gedacht, okay, das ist jetzt, also bestenfalls ein durchschnittlicher Film, aber ich finde, der dreht dann noch so herrlich frei. So ungefähr nach zwei Drittel des Films, ähm, hat er so langsam so seine Stimmung gefunden und dann geht's so richtig los und dann passieren Sachen, die wirklich so herrlich absurd und abgedreht sind und, äh, macht so für, für, für Slasher und Horrorfans und für Fans der Reihe macht das richtig Spaß und natürlich eine Kettensäge hat auch wieder eine Rolle. Und ich hab mich gefragt, ey, früher, da musstest du in einem Film, da musste nur eine Kettensäge gezeigt werden, dann hast du irgendwie das Geräusch der Kettensäge gehört, Blutspritzer, da wurde der Film beschlagnahmt. Also du hast ja noch nicht mal irgendwelche Effekte gesehen, dass da irgendwas abgetrennt wird oder so, sondern das hat schon gereicht, dass ein Film indiziert wurde oder beschlagnahmt wurde und hier, was du da alles zu sehen bekommst, huiuiuiui, also was da alles so passiert. Hei, 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 also, das, da, das schlägt wirklich einen fassen Boden aus, was das dann so für, was da für Effekte drin sind, für Slasher-Effekte, hier, Gore-Effekte und alles, ne? Also hat mir dann doch, hat mich dann doch versöhnt nach einer gewissen Zeit mit der Reihe, es kommt natürlich nicht an die alten Filme ran, da mag ich den Charme einfach zu sehr, aber es ist doch ein ziemlich, ziemlich okayer Film, also Evil Dead Rise, hätte ich jetzt nicht gedacht, macht am Schluss auch so eine, so eine schöne, so eine schöne Biegung, dass es halt eben da auch noch irgendwie weitergehen könnte und dass noch andere Sachen, äh, da folgen könnten, was ganz nett ist, deswegen bin ich gespannt und jetzt ist ja gerade so ein bisschen Horror-Oktober, bald ist Halloween, ähm, kann man ruhig mal reinschalten, aber wahrscheinlich, wie bei dem anderen Film, den ich letzte Woche vorgestellt hab, äh, The Pope's Exorcist, ähm, den hab ich mir gekauft, gehabt und irgendwie, dann textete mir schon der, der Martin hier, der mal bei dem Kino gearbeitet hat, der textete mir schon, äh, weißt du übrigens, den gibt's jetzt bei, äh, bei, ähm, Netflix und ich so, okay, hm, wusste ich aber nicht in dem Moment, wo ich's geliehen hab, also es war wirklich paar Tage später kam der kostenlos auf Netflix, ja, vielleicht geht's mit dem auch so, ähm, jetzt kommen ja bei diesen ganzen Streaming-Services sehr viele Horror-Filme rein ins Angebot, vielleicht habt ihr Glück, dass der dann auch mit reinrutscht, ähm, Evil Dead Rise, also von mir bekommt der so in dieser ganzen Evil Dead-Reihe irgendwie sieben Punkte, was okay ist, ähm, also ist jetzt kein, nicht vergleichbar mit irgendeinem anderen Film, wir haben ja hier bei, ähm, bei unserer Sneak-Preview hab ich ja acht Punkte gegeben, also ist natürlich nicht vergleichbar mit dem, ich nehm so in diesem, äh, in diesem, in diesem Genre Horror-Film, Slasher-Film und Evil Dead, ja, bekommt er für mir sieben Punkte, fand ich dann doch ganz okay, hm? Okay, ich nehm mal an, du hast den noch nicht gesehen. Nein. Der geht bisher mir vorbei, ja. Ja, ich gucke mal hier rüber, ob die Kate was textet, ob sie mit reingenommen werden will in die Session, ne, anscheinend nicht, dann würde ich erstmal bei einer Serie weitermachen, die ich geschaut hab. Ja, wir machen. Was eigentlich keine richtige fiktionale Serie ist, sondern, ja, ich hatte es ja schon im Intro erwähnt, es handelt sich um Backcam. Die Serie, die es auf Netflix gibt, die ja wahrscheinlich schon jeder gesehen hat. Und, ähm, jetzt bekomme ich gerade die Meldung, dass die Kate da ist. Ich werde sie mal mit reinholen, ähm, vielleicht warte ich doch noch mit Backcam, dann kann die Kate erstmal noch was über Taylor Swift sagen, kleinen Moment. Kriegt er alles hier live mit, nur im Kinokast. So, hallo Kate. Hallo. Hi. Bist du da, super. Ich bin da. Willkommen in unserer kleinen Runde. Dankeschön. Dann würde ich mal warten, bevor ich mit Backcam anfange, dann darfst du nochmal was, äh, zu Taylor Swifts Eras Tour Movie. Erzählen, den du im Kino geschaut hast? Genau, ich war gestern, nee, schon gar nicht am Freitag, mit, äh, meiner Nichte und meiner besten Freundin in diesem Konzertfilm. Alle Swifties. Äh, naja, meine Freundin jetzt noch nicht so arg, aber die ist schon ganz schön angefixt jetzt, ja. Und hat, schickt mir schon, äh, Swifty Reels auf Instagram. Oh, das ist der Anfang. Und meine Nichte, auf jeden Fall, die ist gut mitgegangen. Also im Endeffekt gibt es gar nicht so viel zu erzählen. Es ist einfach, äh, das Konzert, die Eras Tour, ähm, äh, gefilmt. Und während dem, also das Konzert im SoFi Stadium wurde komplett aufgezeichnet, ähm, und das Ganze als Film produziert. Ähm, also keine Backstage, kein Backstage, Backstage-Szenen oder irgendwelche Interviews, sondern rein das Konzert. Der einzigste Unterschied zum Originalkonzert ist, es sind sechs Songs weniger. Äh, man hat sechs Songs rausgeschnitten. Warum auch immer, frag mich nicht, keine Ahnung. Ist mir... Aber ich würde dich aber schon gerne fragen, warum, weil du bist ja die Expertin. Ich weiß es aber nicht. Ich kann es euch nicht sagen. Es ist einfach so. Vielleicht, dass man eben doch, äh, noch ein paar Songs hat, die nur auf einem Konzert performt werden. Ich weiß es nicht. Oder vielleicht kommt auch am Ende der Eras Tour nächstes Jahr, ähm, dann, äh, der ungeschnittene Film raus. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ähm, aber es ist, äh, es ist, äh, die Eras Tour ist, ähm, eine musikalische Tour durch die Musik-Ära von Taylor Swift. Das heißt, wir haben verschiedene Alben und von diesen Alben werden einzelne Songs, meistens die beliebtesten Songs, äh, genommen und, äh, auf die Bühne gebracht. Und das auf eine, ach, so unglaublich herrliche Weise. Haut bestimmt ordentlich rein, oder? Mit Atmos. Ah, das war der Wahnsinn. Also die erste halbe Stunde war es ein bisschen zu leise. Das hat der Filmvorführer dann aber gemerkt. Und dann wurde es lauter. Ähm, und es war, also es war noch, also ich kann mir gut vorstellen, dass ein Konzert noch lauter ist. Je nachdem, wo man halt sitzt. Aber, das war wirklich, du konntest ohne... Sitzt bei einem Konzert? Ja, oder stehst. Ähm, also du konntest, also du konntest im Film, also es war auch erlaubt, also ich hab's hinterher gekriegt, man durfte Fotos machen, man durfte Videoaufnahmen machen, während der Film läuft. Ähm, es wurde laut mitgesungen, es wurde applaudiert. Das Einzige, was nicht passiert ist, ist keiner aufgestanden. Ähm, und dann haben alle haben hinterher gesagt, so, ja, wenn dann die letzte Reihe mal angefangen hätte. Ja, ich hab mich nur nicht getraut, ich saß in der letzten Reihe. Nee, man muss die erste Reihe vorne anfangen. Ja, theoretisch schon. Weil wenn die dahinter merken, sie können nichts sehen, stehen die auch auf. Ja, aber es war, es war wirklich, es ging gut ab, ähm, die, die, die Atmosphäre war richtig, richtig gut, weil es halt wirkliche Fans waren und, äh, die einfach auch Bock auf den Film hatten und, äh, und auf das Konzert und auf diese Künstlerin. Und, ähm, also ich muss nur sagen, das ist, ähm, was die da auf der Bühne macht, das ist Hochleistungssport. Und das macht die teilweise vier bis fünf Abende hintereinander in einer Stadt. Und dann paar Tage Pause und dann die nächsten drei, vier, fünf Abende, ja. Ja, das ist unfassbar. Und das, äh, das Konzert an sich geht ja dreieinhalb Stunden. Ähm, das ist irrsinnig. Klar, es gibt immer wieder Phasen, wo ein ruhiger Song ist, aber das Singen ist ja auch anstrengend, ist ja auch, ne, so. Und, äh, das ist irrsinnig gut. Also jeder, der die Musik mag, ähm, sollte diesen Film sehen. Also ihr müsst ja nicht so Hotcore-Fan sein wie ich, aber ja, ähm. Ähm, das ist absolut sehenswert. Und ich hab mittlerweile auch rausgefunden, dass es nicht nur dieses Wochenende gespielt wird, sondern, ähm, die nächsten zwei Wochenenden auch noch. Also es wird insgesamt drei Wochenenden lang gespielt, der Film. Ja, mal sehen, wir kriegen ja immer die Kino-Charts, äh, in denen war das ja jetzt noch nicht drin, weil die für das Wochenende, die kriegt man ja noch, da wird das bestimmt mit drin sein, schätze ich mal. Tatsächlich ist es auch so, ich hab immer wieder mal geguckt, ähm, wegen dem Ticketverkauf. Ich hätte mit mehr gerechnet. Ich hab auch kurz mit, ähm, jemandem offiziell vom Kino gesprochen vor Ort, ähm, und die meinten, oder die, die Person meinte dann, ähm, ja, sie hätten auch ein bisschen mehr erhofft, aber sie sind soweit eigentlich ganz zufrieden mit den verkauften Tickets. Also, aber ausverkauft war kein, ist bisher keine Veranstaltung, also keine, keine Vorstellung. Ähm, das Problem ist, daran meint die Person, dass es an jedes Kino verkauft wird. Also es geht nicht irgendwie limitiert, wie in den USA, da gibt's nur ein, zwei Ketten, die das spielen dürfen und die anderen haben, haben's gar nicht bekommen und dementsprechend haben die dann halt... Das sind eigentlich die drei ganz großen, also, das ist so, wie wenn du in Deutschland sagst, äh, du machst das bei Cinemax, UCI und noch irgendwas. Und das ist halt in Europa nicht der Fall. Ja, das ist ja keine Kette. Doch, das sind auch drei Stunden. In Europa darf es jedes Kino spielen, der es kaufen möchte. Also es ist keine Exklusivität dahinter und dementsprechend kann halt ein Cinemax zum Beispiel jetzt, oder ein Ufer, das Ufer gibt's ja nicht mehr, aber Cinemax zum Beispiel, hat da ein bisschen mehr Zulauf. Was ich aber nicht nachvollziehen kann. Aber trotzdem, sie sind so einigermaßen zufrieden, aber es hätte auch mehr sein können. Hat ja in den USA, als die angekündigt hatten, dass das kommt ins Kino, dass man Tickets vorbestellen, vorkaufen kann für die Vorpremiere und so, hat das alle Verkaufsrekorde gebrochen, also damit sogar Star Wars das Erwachen da macht, wo eigentlich der bisherige Verkaufsrekord lag und nur von Avengers Endgame wurde es getoppt. Der lag noch höher. Ja, das war eigentlich auch schon krass. Also, wenn ihr Musik mögt, dann geht da mal rein. Das ist eine wunderbare musikalische Reise. Also nicht gut. Könnt ihr sehr viel von unserer Playlist hören, von unserer Kinokassons Playlist. Okay, dann hau ich nochmal ganz kurz hier das Ding rein für Serie. Serien. So, ich habe Beckham, die Reportageserie, die Dokuserie geschaut auf Netflix. Hat da von euch schon mal jemand reingeguckt? Nein. Nein, gar nicht. Ich kenne nur einen Ausschnitt. Ich habe da eigentlich so irgendwie, hatte ich was geschaut gehabt. Ich glaube, für Fortsetzung gefolgt irgendwie, was wir gucken mussten. Und dann war das fertig, die Folge. Und das war wie immer nicht besonders. Und dann habe ich gedacht, mal gucken, was es noch so gibt. Weil ich war einmal bei Netflix drin. Und dann habe ich gedacht, ah, gucke ich mal hier bei Beckham rein und sowas da so. Und ich muss sagen, die Serie oder die Dokuserie ist richtig gut gemacht. Also es gibt ja solche und solche Dokuserien. Und das ist eine von den guten. Und da wird alles mögliche beleuchtet. Sehr, sehr viele Originalaufnahmen drin. Da kommen wirklich alle zu Wort, die irgendwas zu sagen haben und die zitiert werden. Und es ist wirklich sehr, sehr gut umgesetzt. Und man bekommt auch so einen Eindruck, was ich damals gar nicht so mitbekommen hatte, wie sehr auch so David Beckham und seine Frau und alle, wie die darunter gelitten haben unter der Presse in England und in Spanien auch. Und wie das alles so lief und teilweise, was da alles so erfunden wurde für Sachen. Und auch, was er alles für Probleme hatte mit diversen Trainern und so. Also das kommt ja alles unverblümt da so raus auf eine sehr gute Art und Weise. Ich kann es nur empfehlen, mal reinzuschauen in die Dokuserie. Wer es irgendwie ein bisschen mit Fußball hält, wen Fußball ein bisschen interessiert, auf jeden Fall mal reinschauen. Es sind ja nur vier Episoden, jeweils eine Stunde. Aber verdammt gut gemacht. Wirklich Respekt an Netflix. Also das ist wahnsinnig gut. Und das war es eigentlich auch dann schon dazu. Dann kommen wir mal in den Bereich Sonstiges. Ein kurzer Hinweis. Nein, nein, stopp. Was? Stopp, stopp. Wir haben letzte Woche vergesst, über eine Serie zu sprechen. Und das vergessen wir jetzt diese Woche nicht nochmal. Loki. Stimmt. Loki Staffel 2. Naja. Ja. Und? Was willst du da erzählen? Der Christ muss da erzählen. Wieso der Christ? Ich muss da erzählen. Ja, Loki ist auf jeden Fall zurück. Loki ist wieder da. Die Serie geht weiter, die wir ja dann doch, wie ich sage mal, alle ziemlich gefeiert haben. Weil was anderes, anderer Ansatz. Cool gemacht, cool geschnitten, coole Geschichte einfach. Und Loki und einfach hier. einfach, 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 einfach mega cool gewesen ist, die ganze gesamte Sache. Und Tom Hiddleston natürlich wieder in seiner Paraderolle, sage ich mal, als Loki. Und Owen Wilson ist wieder dabei. Und es geht munter weiter. Die erste Folge fand ich unglaublich stark schon. Die hat sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht mit dem ganzen Zeug, was da war, wie es ihn zerrissen hat, was weiß ich was. Dann haben wir jetzt mit Kei Hui Kwan, der den QB spielt, auch noch einen neuen, coolen Charakter dabei, der den Zeitstrahl da mit repariert. Sehr cool. Und ja, also, also, mega cool. Zweite Folge, wo jetzt rauskam, auch schon richtig, richtig cool. Einfach von der, von der ganzen Art, auch von dem hinten raus. Und wie die Leute das einfach auch spielen. Also die, wo da spielen und die, wo das machen, einfach, ich, ich finde es saugut. Ich finde es bisher als Fortsetzung komplett gelungen. Klar, nach zwei Folgen sagt sich das leicht. Ich hoffe, dass es den Pace beibehält, den es hat, dass, dass Tom Hiddleston weiter sich als Loki austoben darf und dass wir von Loki dann doch noch ein bisschen auch was sehen. Vielleicht in dem einen oder anderen Film. Wie seht ihr es? Ich finde es auch gut. Ich habe zwar erst nur die erste Folge gesehen, weil ich erst mal ein bisschen was aufsparen will. Ich gucke dann mehrere hintereinander, sonst vergesse ich wieder so viel. Weil es sind sehr viele Themen, die da aufgemacht werden. Ja, aber die fand ich auch richtig gut. Ja, ich auch. Also ich muss sagen, in der ersten Folge dachte ich so, okay, das fängt schon mal richtig gut an. Und die zweite Folge war dann, der Gott des Schabernachs ist zurück. Oh mein Gott, so gut. Ja, also wirklich, ich habe, ich würde am liebsten die ganze Staffel schon durchgucken. Aber leider mussten wir jede Woche warten. Aber es lohnt sich, absolut. Es gibt aber eine wirklich sehr, sehr, ich finde eine mega, mega gute Szene, jetzt der zweiten Folge, bei der Verfolgungsjagd. Mehr sage ich dazu nicht. Ja, ich weiß auch nicht. Ich sage nur Schattenspiele, Erik, lass dich darauf mal ein, freu dich da mal drauf. Das war richtig cool. Das fand ich, boah, das war, das war ein heißes Ding, ja. Ja. Angucken. Oh, gucke. Okay, ja, gucken wir ja sowieso. Ja, jetzt der Hinweis, der Chris und ich, wir waren beide mal bei Rund um den Brustring mal in einer Sendung vertreten. Ja, da hat es geschehen noch Zeichen und Wunder. Also wenn ihr es mit dem VfB haltet, dann hört mal rein, rundumdenbrustring.de oder überall, wo es Podcasts gibt unter Rund um den Brustring. Genau, da waren beide mal in einer Sendung vertreten und ja, haben da ein bisschen über die aktuelle Situation beim VfB unter anderem gesprochen. Okay, ja, dann das Popes Exorcist jetzt bei Netflix ist, das hatte ich schon erwähnt. Also den Film, den ich letzte Woche oder vorletzte Woche hatte ich mir gekauft gehabt und jetzt mittlerweile gibt es den schon kostenlos. Oh. Ja, macht ja nichts. Mir hat er trotzdem gefallen. Aber das ist ärgerlich. Mir hat er trotzdem gefallen, die 4,99 Euro, die habe ich auch noch übrig. Und genau, jetzt könnt ihr aber alle den mal bei Netflix gucken. Der hat auch weltweit, glaube ich, jetzt sogar Platz 3 bei Netflix bei den Filmcharts. Also scheint ganz gut anzukommen. Ist ja jetzt auch gerade hier in dem Horror-Oktober, passt der ja ganz gut rein. So, dann sind wir schon bei den Musiktipps und wir packen was auf unsere Playlist. Kate, was packst du denn drauf? Wie könnte es auch anderes sein, ich packe einen Taylor Swift-Song drauf. Und zwar den unfassbar, unfassbar guten Song Karma. Chris, was packst du drauf? Ich packe drauf und laut Spotify ist der von der Playlist von One for the Road und zwar Elton John, Tiny Dancer. Was ist da drauf? Laut Spotify ja, deswegen habe ich gedacht, da passt. Auf jeden Fall war auch Eric Byrne mit Good Times drin, auch geil. Ich packe aber drauf, habe ich nämlich heute auf dem Kopfhörer und zufällig gehört, Franka Potente featuring Thomas D. Wish, komm zu mir. Oh Baby, bitte, bitte, lauf, lauf, kipp nicht auf. Das passt natürlich gut beim Laufen. Jo, dann sind wir schon durch heute und hören wir uns dann nächste Woche wieder nach der Sneak Preview dieser Woche und mal gucken, was wir noch so schauen mittlerweile. Und euch beiden vielen Dank fürs Mitmachen, bis dann. Tschüss. Auf Wiederhören. Tschüss. Bis bald im Kinocast. 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 Vielen Dank.